Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um die Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. In der letzten Folge haben wir die Schlacht am Schicksalsberg für uns entschieden und nun geht es mit unserem Save Game vom 2.5. weiter, also load this game. Diesmal geht es wie es scheint mit Frodo, Bilbo, ne Frodo, Bilbo, Frodo, Sam, Merry und Pippin weiter. Und da bin ich doch mal gespannt, was genau auf uns dazukommt, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir mit denen vier irgendwas reißen sollen oder vor allem wie das in Schlacht um die Mittelerde funktionieren soll. Aber schauen wir uns das mal an. Oh, ruhige Musik. Oh, hä? Das Pferd. Ach du Scheiße, die alten Texturen. Leckum jo. Okay. Wie soll das jetzt funktionieren? Hä? Oh, wie geil ist es gemacht. Oh, ich kann mich gar nicht sehen, erinnern. Okay, was zur Hölle passiert jetzt? What the fuck happens? Ist das jetzt nur Storytelling? Ich check's nicht! Wir schauen uns einen Film an, oder was? Die drehten Schlacht um Mittelerde. Okay, nee, die will doch. Reach Buckleberry Ferry, äh, Buckleberry Ferry. Ja, Buckleberry Ferry. In Deutsch heißt es ja Brie. Ach, soll denn da dran jetzt so spannend ist? Wir müssen uns aufhören! Oh! 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 Äh, was? Oh! 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 Ähm... Okay. War das jetzt dann der richtige Weg? oder nicht oder doch oder hä 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 wir gehen noch mal zurück also wie scheint müssen wir uns müssen wir uns von den nasskuhls immer verstecken es ist ein dead end es ist aber verdammt dunkel man sieht nicht gescheitzt au shit au au die tun ja ordentlich weh okay die tun weh die haben als samm und mary ordentlich eine draufgegeben auge ok muss ich märchen noch halten gut zu wissen dass die so weh tun aua nein können wir nicht das ist eine gemeine karte und sagt mir nicht dass wir in den end gelaufen sind oder was komm wieder an dem stein vorbei bitte sag ja bitte sag ja ach nee das ist wieder an dem nasskuhl vorbei also war der andere weg schon richtig oder was schnell lauf weiter lauf weiter lauf weiter lauf weiter so weit ihr könnt so weit ihr könnt und heiden alter das hat nicht funktioniert das ist ja mal richtig unkühl Das tun wir auch mal nehmen jetzt. Das ist eine uncoole Sache. Also, nochmal taktisch angehen. Wir sind hier lang gelaufen. Hier rüber. Und sind dann da auf ein Dead End gestoßen. Bedeutet, wir müssen bei ihm hier oben vorbei. Nicht gut. Bewegen die sich auch weiter, weil der steht jetzt da richtig beschissen. Wird dir eher interessieren, wie kommen wir zum Beispiel nach da hinten? Ich erkenne dort nix, kurze, fix. Oh no! Nö, wollen sie auch nicht. Okay, eindeutig. Sie laufen runden. Ja, bestätigt. Könnten sie nach da weiter gehen? Okay, sie bewegen sich. Das ist gut. Also, ich kann unsichtbar werden vor dem Auge Saurons, aber auch... Alter, das ist unangenehm. Da seh ich vor allem nix. Wenn ich wüsste, wo Bray steckt, das wär ja noch einiges einfacher, aber... Sind das die alten Wege? Ich weiß es nicht. Warum klingt mein Telefon jetzt die ganze Zeit? Wo sind die denn? Bin ich blind oder sind die unsichtbar? Da und we must hide. Ja, wo muss ich mich denn hinheiden, ihr Vollidioten? Oh shit, da sind sie ja! Tschüss, geh weg! Geh zurück! Jetzt verschwinde! Wo laufe ich denn über... Lauf ich wieder zurück? Och. Och. Da vorne sind die Elben! Alter, das ist... Brainstorming as fuck. Fuck. Tschüss! Die Wege hat es aber cool, dass das so fu... Uff. Ich will zu den Elben! Lasst B zu den Elben! Macht euch wieder alles sichtbar, bitte. Das war vielleicht eine blöde Entscheidung. Ähm. Alter, wir sind schon 13 Minuten dabei, uns zu verstecken. Euer Scheiß jetzt. Aber ich glaube, da... Alter, das ist ein Labyrinth. Das ist gemein. Wahrscheinlich ist es eigentlich voll einfach, aber ich weiß nicht wo. Genau, live. Lauf weiter, lauf nach unten. Lauf mir aus dem Sichtfeld raus, dann bin ich wieder happy. So, jetzt jetzt schnell, 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 Leute, schnell, 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 schnell. Schnell, schnell, weiter, 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 weiter. Nein, wir gehen nicht hin. Das ist... Das ist... Jetzt ist mal so... Ohne Scheiß. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo kann ich da rüber? Warte mal. Habe ich da was übersehen? Kann man doch den Wald doch durch. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Tschüss. Ich gehe mal nach da drüben. Vielleicht ist da noch ein Pfad. Vielleicht hätte ich da noch irgendeinen übersehen, weil da geht ja auch noch irgendwas lang. Und vielleicht ist das die Lösung. Bloß wo zum Fick muss ich hin? Jun, da ist noch ein Pfad. Den probieren. Lauft, Freunde, lauft. Das Böse ist nah. I think we beat them. Ist nicht unbedingt die Beteiligung. Einmal kurz bitte unsichtbar machen. Einmal kurz warten. Wir sind nicht echt weit. Aber mir ist das zu ruhig. Mir ist das zu ruhig. Ah, schaut gut aus. Weiter, Leute. Einmal kurz warten. Bis der Zauber wieder da ist. Ich gehe jetzt kein Risiko. Ich glaube, den Pfad haben wir bis jetzt noch nicht gehabt, oder? Ach, wir kommen weiter. Oh mein Gott. Hä? Ach, leckt mich doch am Arsch. Die können da drüber. Das sind ja voll hier. Warum kann ich das nicht? Beweg dich mal nach unten. Bitte ganz schnell weiter. Ich glaube, das ist jetzt endlich der Eingang, wo wir hin müssen. Reach the Blueberry Ferry. Yo. Das machen wir nicht in dieser Folge noch fertig. Wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Ja. Elben. Was passiert jetzt? Storytwist. Moment. Moment mal, was? Gather Arms? Holy shit. Was sind das denn? Wie kämpft das Böse? Sprengt ihre Reihen. Sieht euch zurück. Elben mit Lons. An die Waffen. Attack. Protect the Halflings. Drive them back. Einmal heilen bitte alle. Die sind ja brutal stark. Wie viel sind das? Wie viel sind das? Nice. Okay. Die Story ist the Barrows. Ich muss die Gabel höher. Das sind die Sachen aus dem Buch. What the fuck? Vorrücken. Ich glaube, daraus besteht ja später auch Dol Guldur und die Zeugs. Wohl! Yo. Yo. Geh aufs Grabel, Hügg. Die Truppen müssen es verteidigen. Mach es ganz weg. Oh. 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 Der hält gut. Jetzt sind sie geviert. Nice. Nice. Oh Gott. Das funktioniert besser als gewartet. Jetzt habe ich gedacht, das wird so richtig schlimm. Weil die ja doch relativ stark war noch. Reach the Prancing Pony. Oh. Oh. Zurück, 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 zurück. Halt euch, halt euch. Halt euch. Halt euch bitte mal bei der. Alle einmal heilen. Und zerstört. Boah, es ist unangenehm. Danke, mein Freund. Auf Wiedersehen, Frau Meagans. Ah, jetzt hat es wieder beruhigt, okay. Kurz planen, wo ist das Tencel the Pony, weil das habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Also ich muss jetzt immer noch das Tencel the Pony errechnen, aber da ist die Fähre. Erstmal zur Fähre, Jungs. Das ist ja schon mal ein Anfang, die Fähre. Aber dann würde ich sagen, dann belassen wir es auch bei der Fähre, denn wir sind jetzt auch weit gekommen, haben die Horden des Böses abgehalten, haben die Nassghouls umschlichen. Und ja, dann würde ich sagen, geht es bei der nächsten Folge weiter. Also, bis dann. Ciao. Woo. Woo. Everything changes. Bis zum nächsten Mal.